im folgenden video werde ich euch die zehn besten schacheröffnungen kurz vorstellen hallo und herzlich willkommen hier auf der big creek eurem kanal zur geflagten vermittlung von königlichem wissen letztens fragte mich ein user auf discord tbg macht doch mal ein video mit den zehn aus deiner sich besten schacheröffnung das würde bestimmt mir und anderen anfängern als orientierung hilfe sehr dienen er sich ungefähr so ausgedrückt habe das jetzt ein bisschen geschönt gehört getan hier folgt das video fangen wir mit erstens e4 und wie schon sagte ich werde natürlich nur die eröffnung umreißen es geht mir darum euch eine orientierungshilfe zu geben wonach hier natürlich tiefer in die eröffnungen auch eindringen könnt wenn ihr wollt erstens e4 das ist der häufigste zug mit dem ersten zug weiß macht platz für den läufer hier für den springer der springer kann sowieso was auch für den läufer insbesondere so wo ist grün da ist grün hier soll raus dame auch wobei die dame soll nicht so früh ins spiel goldene eröffnungsregeln vorsicht nach ersten c4 habe ich vier öffnungen ausgesucht die in diese liste gehören fangen wir mit e5 an der klassiker e5 springer f3 entwickelt den springer greift den bauern an springer c6 entwickelt den springer deckt den bauern und hier zwei züge läufer b5 der klassiker historisch betrachtet ist die spanische partie eigentlich fast schon die wichtigste eröffnung ist somit die erste eröffnung die gespielt wurde im mittelalter und weiß entwickelt den läufer macht platz für den könig soll die rochade folgen mit dem könig und den könig in sicherheit bringen jetzt ein ganz wichtiger hinweis hier ich habe auf diesem kanal schon sehr sehr viele partien analysiert und natürlich werden darin die wichtigsten eröffnungen auch gefeatured also kommen am häufigsten vor zum beispiel die spanische partie da habe ich eine playlist mit 25 partien schon das heißt wenn ihr tiefer in diese eröffnung eindringen wollt allein auf meinem kanal empfehle ich euch einfach das studium der partien die ich analysiert haben mit dieser eröffnung hier gehe ich noch kurz darauf ein was wie es hier weitergeht es gibt die zwei hauptzüge springer f6 die berliner verteidigung womit hier der bauer angegriffen wird weiß kann jetzt kurz hochieren oder den bauern decken mit d3 der andere zug ist a6 hier der hauptzug womit der läufer angegriffen wird man kann jetzt hier die abtausch variante spielen läufer schlichte 6d schlichte 6 das kommt aber eher selten vor der hauptzug ist läufer a4 hier geht es meistens weiter mit springer f6 und kurzer ruchade und hier mache ich stopp wie gesagt das ist jetzt hier keine eröffnungsübersicht sondern nur orientierungshilfe hier geht es in der regel weiter mit ja was ist der typische plan hier für weiß c3 d4 das zentrum voll zu besetzen mit zwei bauern dafür wird das zentrum unterstützt mit dem turm der nach e1 geht häufig spielt schwarz b5 verdrängt den läufer weiterhin der muss zurück nach b3 oder c2 und schwarz entwickelt sich mit läufer e7 kurzer ruchade weiter und d6 das sind so die hauptvarianten wie gesagt wer tiefer einbringen möchte playlist mit 25 partien wartet auf euch gehen wir mal zurück e4 e5 springer f3 springer c6 und für mich auch eine ganz wichtige öffnung ist italienisch genau wie spanisch klassisch betrachtet eine sehr wichtige eröffnung gehört auch zu den allerersten eröffnungen die gespielt wurden ist auch ein sehr logischer zug weiß entwickelt den läufer macht platz für den könig ja und ist insbesondere in den letzten zehn jahren muss man sagen auch wieder groß in mode gekommen auch bei großmeistern sehr viel gespielt also bei der von von den besten spielern der welt auch gespielt ständig gespielt und ist auch eine sehr sehr wichtige eröffnung genau wie spanisch wird auf alle höchsten niveau gespielt und sehr sehr häufig und ist objektiv sehr sehr stark nach laufer c4 gibt es für schwarz zwei züge hauptsächlich springer f6 entwicklung greift hier den bauern an im übrigen habe ich hier ein video gemacht auf dem kanal die preußische partie die beginnt nach springer g5 d5 hier das ist die grundstellung der preußischen partie habe ich ein video gemacht könnt ihr euch gerne anschauen ich spiele allerdings meistens d3 decke hier den bauern bereitet die kurze hochhade vor und schwarz hat jetzt auch die möglichkeit mit laufer e sieben laufer c5 sich weiterzuentwickeln und kurze hochhade zu spielen ja das soweit zu springer f6 nach laufer c5 gibt es natürlich auch laufer c5 ganz wichtiger zug das ist die klassische italienische partie hier habe ich auch eine playlist schon mit 15 partien zu dieser stellung könnt euch gerne anschauen und ein ganz ganz wichtiges video auf diesem kanal der italienische angriff geht weiter mit c3 springer f6 d4 schlicht d4 und hier hochhade der italienische angriff schon weit über 100.000 klicks auf dem kanal könnt ihr euch gerne anschauen eine sehr sehr starke waffe auf amateurniveau betone ich auf amateurniveau bei profis wird man das nicht finden weil die kennen die ganzen rezepte bei diesen eröffnungen meistens wird gespielt bei den profis d3 hier oder vorher auch schon hier hochhade springer f6 und jetzt d3 das ist auch eine sehr häufige fortsetzung ja ähnliche pläne wie in der spanischen partie ja italienisch ein klassiker gehen wir zurück e4 e5 das war es mit e5 zwei eröffnungen möchte ich euch noch vorstellen aus dem universum der sogenannten halb offenen spiele e5 ist halt ist offen ist heißt offene spiele e4 alles andere ist halb offen müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken aber sei so nebenbei erwähnt natürlich die aller aller wichtigste eröffnung ist nach e4 c5 die sizilianische verteidigung wahrscheinlich die wichtigste schacheröffnung und beste schacheröffnung überhaupt wird am meisten gespielt sowohl auf profi ebene als auch auf amateur ebene das liegt daran dass c5 schwarz von beginn an durch die asymmetrie schöne konterschancen bietet und ist eine sehr aggressive eröffnung das ding ist das sizilianische universum ist halt riesig groß wir sind hier bei den ersten zwei halbzügen erst und ab hier gabelt sich das spiel in unheimlich viele wege ich erwähne jetzt erst mal die hauptvariante mit springer f3 hier hat schwarz mit d6 e6 und springer c6 drei hauptzüge machen wir mal d6 d4 c schlicht d4 springer schlicht d4 und das ist der sogenannte offene sitze lernen offene sitze lernen weil weiß direkt das zentrum öffnet hier gibt es zum beispiel springer f6 springer c3 und a6 die neidorf variante habe ich auch schon einige partien auf diesem kanal analysiert es gibt ja aber auch den klassischen sitze lernen mit springer c6 gehen wir mal zurück zweitens springer f3 e6 zum beispiel das sind alle möglichen systeme nach e6 d4 cd4 springer schlicht d4 und hier zum beispiel die thai man noch variante nach springer c3 springer springer c6 springer c3 und damit c7 wird auch sehr sehr häufig gespielt auf profi niveau hier gibt es auch den zug a6 ja so nebenvariante oder auch d6 das schee weniger system ihr seht es gibt unheimlich viele varianten in der sitze lernen schon verteidigung wer rein schnuppern möchte ich ich sage mal sitze lernen ist für anfänger noch nicht so gut geeignet aus meiner sicht weil es einfach zu viele möglichkeiten gibt und vor allen dingen wenn man als schwarz eine bestimmte variante spielen möchte es ist häufig so dass man gar nicht reinkommt weil der gegner vorher zu viele ausweich möglichkeiten hat aber wie gesagt wer rein schnuppern möchte e4 c5 in dieses sizilianische universum ich habe eine playlist hier auf meinem kanal schon mit 68 partien haben sich da angesammelt ich habe schon 68 partien analysiert in denen mit e4 und c5 die spieler die partie begonnen haben wahnsinn oder ganz schön viel wie findet ihr die playlist ganz einfach ihr geht auf meinen youtube kanal und da gibt es den reiter play ist ich weiß nicht ob das auf den smartphones auch genauso ist allerdings im browser steht die übersicht videos playlist sind die reiter um community tab kanäle kanalinfo und unter playlist findet ihr meine playlist man kann aber auch direkt in youtube danach suchen meine ich wenn man die big creek sizilianische verteidigung eingibt und dann kommt die playlist direkt nach e4 eine eröffnung die ich euch noch wärmstens ans herz legen möchte und die für mich zu den zehn besten eröffnung gehört ist die karokan verteidigung e4 c6 auch ein bisschen persönliche vorliebe weil ich die selbst spiele karokan verteidigung die idee von der karokan verteidigung ist d5 folgen zu lassen und das den bauern e4 zu attackieren hier muss man vergleichen mit der französischen verteidigung haben viele immer mater bereich nicht im profi bereich im profi bereich wird karokan aus meiner sicht häufiger gespielt als französisch allerdings immer mater bereich spielen wahrscheinlich mehr spieler französisch die gleiche idee e6 bereitet d5 vor soll den bauern e4 attackieren meistens spielt weiß d4 es kommt d5 greift hier den bauern an aber der nachteil der französischen verteidigung ist dass der läufer der weiß feldrige läufer von schwarz auf c8 eingesperrt wird hinter dieser bauern kette hier und der unterschied bei der karokan verteidigung ist dass nach d4 d5 der läufer rauskommen soll vor die bauern kette zb in der vorstoß variante e5 laufer f5 danach ist die idee mit e6 die kette zu schließen und danach sollen die anderen figuren hier entwickelt werden je nachdem wie die partie weitergeht wer sich für die karokan verteidigung interessiert den empfehle ich mein video da habe ich ein video zu gemacht sogar auf diesem kanal die karokan verteidigung außerdem meine playlist die enthält 19 partien zur karokan verteidigung schon ziemlich viele so das waren meine vier besten eröffnungen nach erstens e4 kommen wir zum zug d4 der auf profi niveau ähnlich häufig gespielt wird wie e4 leicht die ich denke allerdings auf anfänger und amateur niveau wird erstens e4 deutlich häufiger gespielt ja was sind die wichtigsten eröffnungen nach erstens d4 ganz klar der klassiker d5 beide seiten besetzen mit einem bauern als zentrum c4 das damengambit damengambit ist eine königs eröffnung wird historisch betrachtet eine ganz wichtige eröffnung haben alle weltmeister gespielt wird bei den profis ständig gespielt und ist einfach eine sehr sehr starke eröffnung weiß bietet hier ein bauern zum opfer an und die idee ist wenn schwarz nimmt möchte man mit e4 das zentrum besetzen das eine idee man muss nicht e4 machen aber das ist so eine der grundideen eine übermacht im zentrum ja was gibt es nach c4 für möglichkeiten es gibt zum beispiel e6 das abgelehnte damengambit womit der bauer mit einem bauern gedeckt wird es gibt ja auch das slawische damengambit womit der bauer gedeckt wird ja oder das angenommene damen damit die schlicht c4 zum damengambit habe ich eine playlist nach e6 glaube ich mit 34 partien schon auf diesem kanal die ich analysiert habe auch schon sehr viel ich gebe zu ich muss man video machen zum damen damit wo ich die eröffnung ein bisschen tiefer vorstelle eine ganz ganz wichtige eröffnung ist die katalanische und zwar nach springer f3 springer f6 und hier g3 das geht hier ein bisschen rein das auch beginnt mit damengambit jetzt aber entsteht katalanisch und katalanisch ist insbesondere im profi bereich eine unheimlich starke und häufig gespielte eröffnung und eine wahnsinnig gute eröffnung im amateur bereich wird sie glaube ich seltener gespielt aber nichtsdestotrotz gehört sie auf aus meiner sicht in diese liste rein weil einfach unheimlich viele gute partien hier mit katalanisch existieren und meine playlist mit allein mit katalanisch enthält zehn partien mit dieser grundstellung jetzt kommen wir zum bereich der indischen öffnungen und zwar d4 jetzt nicht d5 sondern springer f6 da möchte ich euch drei öffnungen ans herz legen und zwar c4 jetzt hat schwarz zwei möglichkeiten hier um sich weiter zu entwickeln entweder e6 oder g6 machen wir e6 springer c3 hier das ist einer der beiden hauptziele und jetzt laufer b4 schwarz entwickelt sich weiter hat hier schon zwei leichtfiguren draußen und wird jetzt kurz ruchieren eventuell später das zentrum attackieren mit d5 oder c5 das hier ist die nimzowitsch indische verteidigung das ist ein absoluter klassiker und wird von allen weltmeistern gespielt magnus karls ein ganz großer verfechter hat das jahrelang gespielt da spielt er immer noch ganz großer experte dieser eröffnung das wirklich eine ganz ganz wichtige eröffnung aus meiner sicht auch eine sehr natürliche eröffnung weil schwarz entwickelt schnell seine leichtfiguren bringt schnell den könig in sicherheit und kümmert sich danach um den damenflügel wenn man allerdings nimzowitsch indisch spielen möchte mit schwarz muss man natürlich auch etwas gegen springer f3 in petto haben hier kann man und das wird sehr häufig als zukunftstellung angewandt bei den profis d5 spielen und dann ist man wieder im damen gambit drin man muss aber nicht d5 spielen man kann ja auch b6 spielen das ist die sogenannte damen indische verteidigung damen indisch nimzowitsch indisch komplex das gehört eigentlich zusammen also wenn ich sage dass nimzowitsch indisch eine wichtige eröffnung ist und in dieser liste gehört gehört damen indisch eigentlich auch hinein man kann als schwarzer aber sagen okay damen indisch gefällt mir nicht so gut ich spiele lieber d5 hier und leite über in das damen gambit das ist auch möglich zu nimzowitsch übrigens habe ich 13 partien habe ich ja schon gesagt eine playlist mit 13 partien hier auf dem kanal habe ich erwähnt ich weiß nicht mehr so gehen wir zurück nach c4 zwei eröffnungen noch in diesem bereich und zwar g6 springer c3 und hier läufer g7 oder d5 fangen mit läufer g7 mann e4 d6 und hier die königs indische verteidigung eine ganz wichtige eröffnung wird wird insbesondere im amateurbereich unheimlich viel gespielt ich bin auch ein verfechter dieser eröffnung weltmeister wie bobby fischer und garry kasparov haben diese eröffnung sehr viel gespielt magnus karlsen weniger das liegt daran dass königs indisch so ein bisschen in verruf geraten ist im profibereich durch die computerprogramme die geben immer vorteil für weiß an in diesen in diesen stellungen weil weiß durch dieses zentrum hier raumvorteil hat aber das ist im amateurbereich negierbar eigentlich irrelevant und man muss das hier schon hier geht es wirklich um sehr viel verständnis also königs indisch ist auch historisch betrachtet eine sehr wichtige eröffnung habe ich auch ein video zu gemacht auf diesem kanal könnt ihr euch gerne anschauen die königs indische verteidigung wenn ihr euch näher damit auseinandersetzen wollen außerdem meine playlist enthält 17 partien zu dieser eröffnung auch eine ganz schöne anzahl kommen wir zu einer weiteren indischen eröffnung und zwar die fünf hier die sogenannte grünfeld indische verteidigung damit attackiert schwarz direkt das zentrum objektiv betrachtet dürfte grünfeld indisch etwas stärker sein als königs indisch wird auch von vielen großmeistern gespielt es gibt so eins insbesondere ein weltklassespieler weltklassespieler der die immer spielt das ist der franzose maxim waschieler graf und ich bin mir auch sicher dass die playlist mit zehn partien einige auch seiner partien enthält ja was ist die idee von grünfeld indisch wie gesagt man greift sofort das weiße zentrum an häufig geht es weiter mit c schlicht d5 springer schlicht d5 und hier e4 springer schlicht c3 b schlicht c3 läufer g7 und danach ja springer f3 von mios und danach greift schwarz mit c5 das weiße zentrum an ruhiert schnell weiß wird den läufer in stellung bringen ruhieren und weiß hat generell ein schönes zentrum aber schwarz attackiert das zentrum von weiß mit solchen zügen wie springer c6 auch eventuell kommt die dame auch früh raus oder der läufer geht nach g4 attackiert hier den springer grünfeld indisch unglaublich viel theorie hat das wissen ist extrem ja ist extrem in dieser eröffnung extrem breit und man muss hier wirklich vieles wissen wenn man diese eröffnung spielen wird möchte ist ein bisschen aus analysiert kann man sagen sehr sehr tief sehr sehr tief hier schon über die jahre gewachsen halten diese grünfeld indisch gut gehen wir mal an den anfang das waren jetzt neun eröffnungen eine fehlt noch und zwar erstens habe ich ja gar nicht muss ich den zug machen c4 die englische partie englische eröffnung erstens c4 ist natürlich super wichtig neben d4 e4 natürlich der dritte sehr wichtige zug c4 ist ein zug der super flexibel es können sich über zukunft stellung verschiedene eröffnungen ergeben zum beispiel kann man in königs indisch reinkommen wenn beide seiten das wollen zum beispiel so plötzlich ist man dann in königs indisch drin das geht also c4 super flexibel aber meistens spielen die amateure an diese eröffnung mit dem aufbau mit springer c3 g3 laufer g2 und danach wahrscheinlich und danach eventuell e4 oder springer f3 kurz rochade solche geschichten der botwinnig aufbau bei der beim botwinnig aufbau geht der springer nach e2 c4 ist extrem flexibel ist natürlich aber auch ein ganz wichtiger zug eine ganz wichtige eröffnung weil es wird in allen bereichen in allen spielstärke bereichen spielt profis spielen diesen zug sehr viel amateure spielen diesen zug gerade in deutschland gab es einige wichtige publikationen von meinem kumpel john johnny karlstedt der hat ein paar sachen rausgebracht und ist deswegen ist die eröffnung auch sehr sehr beliebt auch im amateurbereich ja das waren aus meiner sicht die ich selbst spiele c4 überhaupt nicht mit weiß überhaupt nicht und mit schwarz spiele ich was spiele ich mit schwarz e5 e5 ach ja die playlist wie viele videos habe ich in der playlist habe ich vergessen nachzuschauen mist asche auf mein lichtes haupt könnt ihr aber gerne selbst nachschauen englische partie playlist the big reek eingeben dann werdet ihr nachschauen können wie viele partien das noch einige ja das waren die zehn wichtigsten eröffnungen aus meiner sicht die zehn besten eröffnungen die man alle so ein bisschen kennen sollte rein schnuppern sollte ihr könnt ja mal schauen was euch davon am meisten interessiert in die richtung würde ich euch gerne lenken natürlich werden jetzt viele andere sagen in den kommentaren aber was ist denn damit was ist denn damit was ist denn hiermit was ist denn mit diesem gambit könnt ihr gerne machen schreibt mir eure meinung unter dem video in den kommentarfeldern würde mich interessieren was ist für euch die beste eröffnung was spielt ihr gerne interessiert mich ja aber für mich sind das die zehn besten vielen dank fürs zuschauen zuhören bis bald und falls den kanal noch nicht abonniert hat nichts nachholen